Hallo meine lieben Freunde, der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, das letzte Mal sind wir quasi abgestürzt, also technisch gesehen irgendwie mal wieder einen Aussetzer gehabt vom Internet und da war der Stream dann auch weg oder wie wie weg und wie ganz weg. Wir waren ja eigentlich auf dem Weg und hatten unseren, also den hier hatten wir eingenommen das letzte Mal und waren dann auf dem Weg hier Richtung zu dem Ypsilon um herauszufinden was denn das Geheimnis hinter dem Tod unseres Vaters ist bzw. ob uns jemand eventuell bei der Aufklärung helfen kann. Und waren dann auf diesen komischen Yogi und Reggie gestoßen, die da in dem Haus von unserer Familie oder dem ehemaligen Haus unserer Familie hausten und sich da anscheinend eine Art Tempel oder Jugu-Städte eingebaut haben. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder auf den Weg, um nochmal diese Zwischensequenz zu sehen, denn wie gesagt, das letzte Mal ist es ja dann leider abrupt geendet, als wir dort auftauchen. Ich hoffe mal, es hatte das nicht gespeichert und wir sehen die Zwischensequenz nochmal, ansonsten muss ich das auf die Typen ein bisschen, die Sämen schneiden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es bei Diktaturen auch diesen Konkurrenzkampf gibt, die unter Nachbarn, müssen wir euch 1% gebeten. Moment, ich will eigentlich nur die grüne Pflanze haben. So, da ist ein Tierangriff. Ist hier noch eine? Tja, ich wollte ihm helfen. Der gute Wille zählt, oder? Der Feind ist hier! Und fällt einfach unerwartet aus diesem Fahrzeug heraus. Ist auch geil, wie sie nochmal, während sie gestorben sind, während ihrem Tod die Tür öffnen, um dann rauszufallen. Finde ich echt lustig. Würde kein normaler Mensch jemals tun, wenn er stirbt. Einfach so aus dem Auto rausfallen. So, jetzt waren wir hier aber bei dieser Höhle, bei dieser seltsamen Opferhöhle für Ziegen stehen geblieben. Ich habe, glaube ich, irgendetwas gehört. Das hörte sich eher an wie ein... Oh, wie ein Tierangriff! Ich sehe nichts! Wo, wo, wo? Ah, da! Mein Gott, wo kam der denn her? Gut, dass wir uns eine Halsspritze hergestellt haben. Meine Güte. Ihr wimmelt es ja nur so von wilden Bestien. Ah, blödes Viech. Er liegt schon tot auf dem Boden und sagt mir, dass ich diesmal Glück hatte. Küras Rückzug. Ort entdeckt. Jetzt weiß ich auch, warum da das letzte Mal, als wir den Turm erobert haben, so viele Leichen rumladen. Ach, scheiße. Nicht meine gute Waffe weglegen hier. Kann ich hier vielleicht die Fackel entzünden oder sowas? Nein, nicht die Waffe wegschmeißen. Wo schon wieder? Wo habe ich denn jetzt die Waffe hingeworfen? Oh nein, sag nicht, die sind in den Felsen reingeklitscht und ist jetzt weg, damit ich nachher wieder zum Unterschlupf fahren muss und die wieder neu holen. Oh, Moment, ich... Die muss hier irgendwo liegen. Oh, wo ist sie denn? Scheiße. Ist die Waffe weg? Gibt's denn sowas? Ach, wie ich das hasse. Ständig sind die Waffen weg. Naja, gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die. Und ich verkrüme mich hier gerade mal so ein bisschen in die Höhle rein. Mal gucken. Aber es scheint, als hätten wir die drei Typen hier ausgeschaltet. Es geschah während der großen Dürre, dass die Mönche vom Shal-Jama-Kloster erstmals ein Waisenmädchen zur Reinkarnation von Kyra nannten. Sie sahen in ihr das Lotuskind, das endlich Regen bringen könnte. Das Waisenmädchen läutete die allererste Glocke auf einem heiligen Turm und am nächsten Tag fiel ein großer Regen. Seitdem wurde die Glocke zweimal täglich geläutet, um den Göttern zu danken. Die Türme mögen vom Heiden Pagan Min und seine Armee von Verrätern zum Schweigen gebracht worden sein. Aber an ruhigen Orten wie diesem können wir immer noch Kyra und Banschur huldigen. Jawohl, jetzt wisst ihr Bescheid. So, das ist die eine Kiste. Malaya-Tabletten und ein Silbermesser, was man halt so braucht. Tigerstatue und 4.500 Rupien oder was das hier sind. Hier scheint nicht viel drin zu sein in der Höhle. Hier kommen wir auch noch wieder raus wahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Ja, sehr großartige Erkundungsstreifzüge können wir jetzt hier nicht wirklich machen. Dann gehen wir halt wieder zum Eingang raus. Zum Ausgang rein, zum Eingang raus. Und so weiter und so fort. Und ich werde jetzt mal gucken, dass wir dann wieder zum Ypsilon hier hinfahren. Jetzt, wo wir schon mal aufgehalten wurden hier die ganze Zeit. Oder uns aufhalten lassen haben. Das war die Ziegel, es tut mir leid. Das gibt schlechtes Karma wahrscheinlich. Ach, nö. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen Takedown machen, indem ich daneben die fahre. Aber die waren zu schnell vorbei, leider. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht? Das ist so ein praktisches Wort. Unerwünscht ist ein praktisches Wort, ja. Das ist es. Vor allen Dingen heißt das unerwünscht. Kacke ist unerwünscht. Ich wünschte, ich müsste nie kacken. Was sind denn das für Sachen, die ihr hier erzählt? Ich kann überall langfahren. Ich bin der beste Rallye-Fahrer, den Kyrabat je gesehen hat. Ich kann überall langfahren. Gut, hier ist es zu eng dann. Glaube ich. Und über ein B nicht zu eng. So, hier haben wir uns das letzte Mal leider verabschiedet. Wie gesagt, technische Probleme, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Aber ja, gut. Passiert. Kann man nicht beeinflussen großartig. Ich hoffe mal, diesmal hält es noch ein bisschen durch. Mohan Gales Tagebuch. Fünf Stück haben wir jetzt davon. Von den Seiten. Fünf von zwanzig. Können wir ja langsam auch mal anfangen, welche zu lesen wahrscheinlich. Achso, ich hatte ja auch Fähigkeiten verteilt. Aber hat es die ja auch übernommen, das letzte Mal? Ah, das hat es übernommen. Jetzt haben wir noch einen Fähigkeitspunkt. Den könnte ich jetzt hier verteilen. Sprengpfeile. Mit dieser doppelten Schaden anrichten. Erleitest aber auch doppelten Schaden. Das wäre natürlich gut, zum Beispiel bei Nashornjagden oder sowas. Heilspritze Level 3. Was haben wir hier noch? Bewaffnete Eskorteaufgabe. Na, dann mache ich die nachher noch. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Zwischensequenz in Ruhe an. Oh, hier, das ist Mohan Gale und auf der anderen Seite war Pagan Min. Ah, das ist ein geiles Bild, finde ich. Das ist richtig cool. Hat ein bisschen komische Augen, wahrscheinlich von vielen Küffen. Und der Pagan Min, der ist auch hier da. Oh, ein bisschen komische Nase und Augen so. Die Mutter würde ich gerne mal sehen hier. Aber naja, das ist wahrscheinlich mal wieder Wunschdenken. Gucken wir nochmal. Jetzt hoffe ich mal, dass wir... Ah ja, genau, die Zwischensequenz sehen. Oh, scheiße. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Unser Freund, Onnam Shua, Onnam Shua, er kommt von weit her und sucht, sucht gegen eine gleiche Gehöhle. Klar, nichts zu geben ist umsonst. Ich spüre... Wir spüren. Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du! Bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, A.J. Gale. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut ihr nicht ab? Oh. Was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn. Er weiß, wo er ist. Okay, willkommen. Komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Ähm, wir räumen auf. Das ist auch dein Haus, ja. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenzweifchen, während wir die Details klären. Natürlich. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Nein, niemals. Ach, come on. Keine Macht den Truppen. Keine Macht den Truppen. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, A.J., wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, meine ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey. Was? Was? Und der Drogensens finde ich nicht gut. Und auch nicht nett. Das ist korrekt. Keine Macht den Drogen. Ich sag doch, es gibt hier schon wieder Drogenkonsum in diesem Spiel, wie bei Far Cry 3, plus dass man das bei 3 relativ, äh, ja, sagen wir mal freiwillig gemacht hat. Oh, der Zug und den hübsche, nackte, halbnackte Frau. Und zweite hübsche, halbnackte Frau. Warum nicht? Bürger von Kürat, wen feuert ihr an? Die mächtigen Elefanten? Oder die wilden Tiger? Oder seid ihr etwa für die Terroristen? So, des Terroristen Mohan Gale. Gesucht von der Royal Army. Mörder, unschuldiger Männer, Frauen und Kinder von Kürat. Er ließ sein Volk in Stich und lebte in der Dekadenz von Amerika. Nun kehrt er zurück. In Ketten. Um sich richten zu lassen. Nein. Und zwar von euch. Bürger von Kürat. AJ Gale. Last Route. Kio. Manche Leute glauben, du könntest hier etwas bewirken, AJ. Dies ist der Moment der Wahrheit. Sieh auf den Boden, wenn du in der Arena bist. Im Sand wird eine Klinge verstanden sein, wenn du nicht. Überflübst gibt es für uns beide keine Hoffnung. Hallo, äh, ich hoffe, ich kriege dich als Gewinn. Ah, nicht so grob immer. Ich will die Klinge, ich will die Klinge. Oh, nicht gelangt. Jackpot. Runde 1. Oh mein Gott, das ist die Arena, von der sie immer erzählt haben. Okay, überlebe in der Arena. Gut, so viel dazu. Ich glaube, ich müsste mich dann wohl verstecken. Bevor die rauskommen. Aua. Was soll ich das denn überleben? Warte schön. Was soll ich das denn überleben? Hau ich jetzt die Halsspitze her. Wurfmesser. Wurfmesser. So, das war das Wurfmesser. Wurfmesser. So, jetzt habe ich hier noch einen Molotow. Muss nur sehen, wo der Typ hier versteckt ist. Da hinten. Ich habe noch das Messer, ne? Aber meine Lieblinge auch. Mal sehen, wer mir heute zuerst aufgibt. Sollen wir? Oh, 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 oh. Lass die zweite Wettrunde beginnen. Nimm. Nimm. Nimm das quer. Oh, oh, oh. Was zur Hölle. Das war der erste Streif. Und der zweite folgt. Das ist halt gleich. Hope so. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich brauche mal eine Float-Finger. Aber jetzt ist die Charnass-Arena. Und wir werden gerade erst warm. Werdet ihr das? Bis Runde 3. Das Tier wird eröffnet. Guck mal, ob ich sehe, wo irgendjemand herkommt. Das können natürlich auch Tiere sein. Aber da kommt einer. Okay, die töten sich hier erst mal gegenseitig. Guck mal. Das ist schon mal positiv. Oh, ich warte einfach, bis die sich gegenseitig gekillt haben hier. Da drüben sind sie. Da ist noch keiner, oder? Okay, ich würde sagen... Tschüss. Puh. Jetzt wird weiter. Einsam und einsam. Und eine 4. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind sie denn? Ich hoffe mal, die Tiere kommen nicht von hier. Ich habe keinen Toder. Okay, die kommen von hier, die Typen. Sehen mich nicht. Okay, Gerd nicht gesehen. Alter. Oh. Manchmal fragt man sich, von wo hier man irgendwo getroffen wird. Das waren die Hunde vorhin. Oh. Schiete. Sieht er mich? Weiß er, wo ich bin? Oh. So, wen haben wir? Den haben wir? Wie viel sind denn da noch übrig? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Oh. Granate? Ähm. Der Drecksack. Was machst du mit Granaten? Wie ein bisschen Muni einsammeln hier. Oh, so viele Tote. Hat sie das? Ich hoffe, es gibt nicht noch eine Runde. Natürlich. Vorletzte, noch eine. Mensch und Tier fielen ihm zum Opfer. Doch, bevor er seine Freiheit gewinnt, macht es eine letzte Herausforderung. Lasst die letzte Runde beginnen. Oh, das ist jetzt die letzte? Was kommt denn jetzt? Oh, nein. Und wo kommen die denn? Von da vorne, ne? Nein. Okay. So, ich werfe erstmal eine. Okay. 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 So, ich werfe erstmal eine. Schuss, ein Schuss. Okay, der Altschub. Scheiße, ich weiß nicht. Scheiße, ich weiß nicht. Scheiße, ich weiß nicht. Alter, Alter. Hier ist der Typ. Ja, Sieg! Der Typ mit dem Sturmgewehr. Alter, Alter. Schwein gehabt, ey. Gut, beim ersten Mal war ich etwas überrascht, was jetzt hier auf uns zukommt. Und ich dachte, ich muss alle Tiere mit einem Messer oder sowas töten. Aber jetzt haben wir ja rausgefunden, wie das in der Arena funktioniert. Und wir durften unsere Rose auch wieder anziehen. Wie freundlich. Amazonen-Kriegerungen. Stopp! Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Oh, und AJ. Sei nett dazu, Reggie und Yogi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. So unfreundlich war ich doch gar nicht. Ich erinnere mich eigentlich daran, dass ich nur gesagt habe, raus ist mein Haus. 2095 Meter. Das ist der Sohn von Pauls. Ausforderung. Ich steige zu einem der legendären Arena-Champions auf und verdiene dir großartige Belohnungen. Da sind wahrscheinlich goldene Waffen dann dabei. Keine Sorge, Fußvolk, ich bin es nur, der sagenhafte Mohan-Gel, den jeder gerne sehen möchte. Was hat er denn hier? Was hätte ich tun können? Ja, ich tötte alle mit dem Rot und dem dem Gebiet, die durfte man dann können, dass sich da ist ein Jax zu verlieren. Oh, ich hätte auch gern ein paar Jax. Ein paar Jax. Da brauche ich ein paar Fälle davon, glaube ich. Ja, Vorräte. So, jetzt holen wir uns erst mal das Plakat hier runter. Wir holen uns an dem Plakat ein. So, jetzt gucken wir erst mal auf die Karte. Was haben wir denn jetzt noch? So, Jogi und Reggie übernimm. Und du hältst jede Menge Rupien. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Beutekiste. Nee, das ist doch Propaganda oder sowas. Ah ja, noch eine Tagebuchseite. Ich habe auch meine Waffe. Ich muss meine Waffe nochmal neu holen. Die eine habe ich ja leider in der Höhle da verloren gehabt. Ich wollte doch gerne noch diese Aufgaben machen für Mumu Chiffon. Aber irgendwie sehe ich hier keine mehr. Ich meine, eine hatten wir gemacht und dann waren sie weg. Und wir haben erfahren, dass die Kollegen hier das machen müssen, was Pagamin sagt, weil er auch die Familien sozusagen unter Verschluss hält. Sie foltert, sie foltert sozusagen. Ratugadi, Jumas Festung. Sehr schwer. Okay, aber es war ja so, man muss Missionen erfüllen, um die Kollegen hier zu schwächen. Und dann wird es wohl einfacher, die Festungen einzunehmen. Ich werde mir erstmal wieder meine Waffen besorgen, glaube ich. Ich muss mal gucken, wo kann ich denn da hin? Goldener Fahrt Mission. Ach ja, genau. Das ist ja dann unsere Hauptmissionen, sind das, glaube ich. Aber erstmal neue, also Waffe wieder ausrüsten oder neue Waffe kaufen. Bin mir noch nicht so sicher. Das werden wir gleich sehen. Ich muss erstmal gucken, was ich jetzt ausgerüstet habe. Meine Zweierwaffe ist, meine eine Seitenwaffe ist weg. Dafür habe ich jetzt diese blöde AK-47, die ich eigentlich gar nicht wollte. Leuchtpistole. Hatte ich die nicht schon mal freigeschaltet irgendwann zwischendrin? So, Seitenwaffen. Oh, da haben wir wieder eine freigeschaltet. Ach, das war die Leuchtpistole. Die abgesägte Schrothflinte oder sowas hier. Oh, der Schaden ist natürlich ziemlich hoch, aber die Genauigkeit natürlich nicht. So, einzigartige Waffen. Die hier hatte ich jetzt immer ausgerüstet, ne? Oh, was ist das hier? Shredder. Karma Level 6. Oh, ho, ho, ho. Sieht nice aus. Schaden, Aufsätze, kann mehrere Aufsätze. Diese Waffe nicht wechseln. Genauigkeit nicht so gut, aber Schaden ist gut. Die Reichweite ist wieder schlecht. So. Die hier ist meine Seitenwaffe. Und meine richtige Waffe will ich auch gerne wieder zurückhaben. Das war ja diese hier. Hier haben wir noch irgendwas anderes, was wir sonst zwischendrin jetzt noch freigeschaltet haben, was vielleicht besser ist vom Schaden her als die. Das sind alles nur solche. Das. Oh. Ach, das ist ein Granatwerfer. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Schaden hier? Nitro. Kampagnen-Missionen um diese Waffe freien. Neun weitere Glockentürme, um sie kostenlos zu erhalten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann steige ich wieder auf diese Waffe hier rum. Und vergesse natürlich dabei die AK-47. Die hauen wir nämlich weg. Die ist vom Schaden nämlich etwas weniger als die. Genauigkeit ist hier doch recht groß. Ja, das passt schon alles. Das sieht relativ gut aus aktuell. Achso, die falsche Tür. Beide ich mal so.